ja hallo und herzlich willkommen zum dritten part meiner kleinen spontanaufnahmeserie von war of the roses genau so heißt das spiel auf dieser wunderschönen map ganz im ernst ich finde die hammer episch keine lichteffekte ja auch ein bisschen übertrieben ist keine schatten und alles war beautiful 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 wenn ihr guckt ich habe nein man sieht hier meine kills nicht doch ich habe ein kill ja und ein tod und eine exekution die erhalt ich gemacht habe exekutiert selbst wurde ich noch nicht also ein kill und ein tod das ist ganz geil ja ich will nicht sterben töte ihn töte ihn und heile mich töte ihn und heile mich töte ihn und heile mich ja jetzt nehmen wir mal den gardisten alter wie lange dauert denn die installe installation bitte so bist du gerade echt abwesen alter ich bin voll konzentriert das heißt aber gar nicht in der aufnahme hu es ist fertig mit der installation das heißt jetzt darf ich es gibt zu machen auch wotr wenn ich mich gelöst habe ein paar ich helfe ich helfe auch ich helfe aber nichts geschrieben auch auf der wachschönen Ohi, nett, ein Hai. Fett Sog. Ein fester Hai. Fett Sog. War of the King. Äh, War of the Rose. Leute, das ist ja voll cool. Ich kann mein Visier unterklappen. So kämpfen wir jetzt. Wir sind echt wie Rütters. Oh. Muss ich nochmal anzeigen, sprechen. Einstellungen, Audio-Einstellungen. Ähm, Grafikeinstellungen. Auflöchung. Voll, dann voll bis ja. Voll. BAM! BAM! Merci, mein Lord! Put your backs into this, you maggot! Hmm, correct! Field Editor! Wen benutzt du immer? Entweder Gardist oder Fußknecht. Gerade benutze ich den Gardisten. Oh. Ich find der Fußritter schaut interessant aus. Ja, ist auch ganz cool eigentlich. Aber ist nicht so meins. Ich werd nur Langbogen schützen und Fußritter wahrscheinlich nehmen. Ähm... Schlacht gewonnen! Kann ich die einfach nachschäunen? Ja. Will betreten. Das ist jetzt Pech, weil wir gerade im Ladesbildschirm sind. Okay, oder auch nicht? Ja, weil wir ihn gerade im Battle ändern hier. So. Ah, da Freunde. Oh nein! Oh man! Das stinkt jetzt echt. Was denn? Wenn das die Map ist, die ich denke... Wenn ist die Scheiße! Die Battle! Wurde aus dem Lankester! Verbindung zum Server hergestellt. Nein, das ist sie glaube ich nicht. Schauen wir mal ob sie lag. Kill the enemy! Nein, das ist sie wirklich nicht, die Map, die ich hasse. Deswegen, ich hab jetzt mal alles aufs niedrigste getan. Okay. Ich hab gar nichts geändert. Sie ihm automatisch beitreten. Bist du Lankester? Ähm, ich hab keine Ahnung. Bist du rot oder weiß? Wann weiß man das? Das ist ne gute Frage. Was ist vorne? Okay, es lag. Na gut, an deinem Schild merkst du das. Wenn's rot ist, bist du Lankester. Wenn's blau ist, bist du York. Flo. Äh, tötet die Yorkisten, steht da unten. Ja, dann bist du Lankester, dann bist du in meiner Fraktion. Ja, trotzdem lagst du bei mir. Aber du bist trotzdem nur in meiner Fraktion. Und das ist geil. Äh, muss ich die mit einem blauen Namen drüber töten? Nein, die gehören zu uns. Außer du willst seine Teammitglieder töten, das kannst du von mir aus tun. Okay. Leute, wollte mich nicht irgendwie wiederbeleben oder so? Wo bist du denn? Ich komm grad von hinten nach vorne. Ah, da hinten bist du. Ja, ich bin gerade gestorben, weil mich keiner wiederbeleben wollte von diesem Monos. Soll ich dich hauen? Stichst du auf Schläge? Ach, geil. Ich frag nur. Eigentlich gern nicht. Hinter dir ist jemand mit einer Büchse. Der hatte gerade den Kopf geschossen. Ich hab ihn getötet. Jetzt exekutiere ich ihn. Okay, jetzt nehm ich mal den Fuß dort da. Nimm den Fußknecht, der ist geil. Ich hab deinen Killer gerade exekutiert. Und getötet. Logischerweise. Wow, Junge. Ich will nicht mehr, lass mich in Ruhe. Alter! Alter ist tot! Ach, weißt du was, Leute? Einfach mal der Flo ihn hat, nämlich ihn jetzt auch den Langbogen schützen. Ah, ich hab ihn nicht. Oh, verdammt. Wusste ich natürlich, ich wollte euch reinlegen. Ich hab auch dich reingelegt, Flo. Das glaubst du mir jetzt wahrscheinlich natürlich voll, dass ich dich nur reingelegt hab. Ne? Kill him! Kill him! Ah, okay, bin tot. Hm. Alter! Ja, genau, mein Schädel. Ist ja nicht schlimm hier. Okay, ich nehme mal den Gardisten einfach auf dem Grund, ich hab grad Bock auf den Zweihänder. Wo bist du denn? Du bist da vorne. Wo bist du? Drück mal V. Hallo? WTF? Visieransicht, ich bin neben dir. Ach so. Da kannst du dann, dein Visier klappt sich auch runter. Ja, und wieso? Ja, weil, weil Ritter, wir spielen Ritter, hallo? Junge. Drück mal F. Du gehst auf. Würde ich aber nur einsetzen, wenn du in der Nähe von Gegnern bist. Weil wenn du sie ansprintest, dann stoßen, dann taumeln sie halt. Kurz. Sehr kurz. Na, was ich so finde, man muss auf der Schlagentaste drauf bleiben, um zu schlagen. Ja, ausholen, Junge. Ah, ich hab jemanden niedergeklagen. F**k, ich bin f**k. Ich bin in den Kopf. Ich bin in den Kopf. Ich bin in den Kopf. Ich bedenke dich. Ich bedenke dich. Ich nehm wieder den Fußknecht. Ach, warte. Ähm, ja. Drei sind auf mich losgegangen. Verdammt, das hätte ja klappen können. Naja, das war töricht. Ja, und jetzt passiert für mich. Was passiert? Exekution. Ach so. Alter. Ganz im Ernst, ich bin das Spiel nicht prägend. Mhm. Es ist ganz cool, aber irgendwie hätte ich es mir besser vorgestellt. ich weiß nicht ja muss jetzt sagen es ist ja auch Füchel es ist ja auch eigentlich nur die Demos aber auch noch probieren mal den Kumpel Buchknecht als ich die nächste exaktiert man war jung ja jetzt kommen die entdeckt sich die ganze Zeit und nicht Treffe ihn nicht, obwohl ich vor ihm stehe. Das ist doch scheiße. Und wie tut man jemanden eliminieren? Den haben wir auf dem Boden liegt, eh. Ah, ich will ihn eigentlich exaktieren. Ah, ich will ihn. Da ist er heilt. Was? Italienisches Arbelst. Verdammt. Rao. Kill him! Execute that man! Charge! Just run in! Ow! Three sides. Three sides. Put your marks into it, you maggots! Oh oh! Fuck! Oh, das du? Irgendwie so unter dem Stein. Fuck! Fuck! Ey, wahrscheinlich könnte ich sogar mit dem Bogenschützen spielen, wenn's mich lenken würde. Oh nein, super Schaufel gibt auch. Move along! Move along! Jetzt erfüllt ich den! Aber den da vor mich echt nicht getroffen, Leute. Das habt ihr doch gesehen, oder? Ich versteh's nicht. Oh! Kill him! Wegen jemand? Ich glaube, könntest du mich vielleicht heilen, oder so? Oh, bist du? Ich lieg' genau hier. Oh, da. Oh, da kommt jemand! Oh! Scheiße! Scheiße! Na egal, aufgeben! Ich beg' für mercy! Scheiße! Das einzig Coole, was ich an diesem, äh... Fußritter finde, ist seine Rüstung. Die ist voll so. Plattenrüstung und so. Ja. Aber anscheinend kann man die auch mit Bogenschütze und so haben. Später im Spiel, aber wahrscheinlich auch nur in der Vollversion. Die Yield! Kill that match! Oh, Junge! Warten. Exeggute that match! Gegen den konnte ich mich nicht mal wehren. Zwischmal war ich tot. Kill my same along! Ja! Da vorne bist du. Den muss ich exekutieren! Kill him! Mann. Ja! Kill that man! Ich muss mich verbinden. Exekute him! Ah! 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 Ich muss mal verbinden. ha 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 la hat er mir eine mitgegeben du auch ich weiß, dass er nicht so viele krecken auch, ich habe zu spüren Ich bin richtig schlecht! Ich wurde gerade zweimal hintereinander exekutiert. Ja Leute, ähm ich denke das war's dann auch schon wieder mit diesem Part. Ja du bist wirklich richtig, ich hatte sogar mehr Punkte als wie du. Wir sehen uns dann irgendwann, keine Ahnung, in der nächsten Aufnahme halt, bei welchem Video. Haut rein Leute! Ich bin richtig, ich bin richtig, ich bin richtig, ich bin richtig.